Willkommen zurück zu Super Mario 64 Wir sind bald Wir neigen uns am Ende zu, sagen wir mal so Wir machen jetzt hier die 5 Etibitte Rätsel Ja, ich weiß ja, ein paar weiß ich ja was das ist Ein paar, mein Co kommt, hat er guckt zu lange nach, was das ist Du darfst mir das auch gerne vorlesen, wa? Steht das da denn wenigstens? Drei hab ich schon Möglicherweise bräuchte ich das gar nicht, nachgucken So komische Dinger sammeln Ja, mach mal die Kanone, das könnte wichtig sein Ach so, so Also nicht du, wa? Döööööööö Ne, mein Co kommt, hat er guckt jetzt bitte nach Ja, aber der ist auf meinem Handy drauf Soll ich das da eingeben, oder was? Ne, dann stürzt das ab Was? Was ist das für... Hä? Ja, hab ich schon Das Loch hab ich schon Ja, hab ich schon Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe die Welt schon nie gemocht, auch nicht auf dem DS Da habe ich mich immer nur gewundert, was ist das für ein Scheiß Und dann gibt es das für ein Scheiß Wo der Stern erscheint, weiß ich. Komm. Ich hab's. Hab's. Ja, alle fünf. Jetzt muss ich nur noch... Ich versuch's skillig, natürlich. Die skilliger, das ist so geil, heißt das. Ich lass's lieber. Okay, ich hab' ihn. Jetzt kommt, glaub ich, Finne, die acht roten Münzen, ne? Was ist so hell? Ja. Oh, die acht roten Münzen, dann ist das... Was ist das Beschissenste? Das ist ein Teil... Acht então,stil? Ja. 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 Me then? Nein das heißt, das ist so hell. Und hier kann ich euch nix rauskarten, weil Darum Alter Weil darum Oh doch, ich cut euch hier, zumindest ist das mit der kleinen Welt raus Bis gleich Jo, da bin ich wieder Viel hab ich jetzt Viel hab ich jetzt Das war dumm, aber ist ganz ok Geben wir mal irgendwo hin Oh, der Fisch ist böse Einmal ganz kurz Und ich sehe Dieser Stelle Da Wart lang Ich hab keine Hallo Da hinten Gibt es eigentlich Riese Go-Go-Bas Die man nur mit einer Stammfahrt-Tacke besiegen sollte Denn dann gibt's ne blaue Münze Und auch nur dann Normal drauf springen So ganz schnell Hier Hier Einmal drum brennen Die man nur mit einer Stammfahrt-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack Das war so Ich habe Ta Meine Das hör Das going W Du ini Die Kihe da. Scheißkooper. Oh, 1-up, 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 1-up. Wir müssen hier wenig 26 Minus. Also, wir brauchen ungefähr 74. Oh, hier ist noch ein Riesen-Gumba. Die sind natürlich immer gut, wa? Das ist nochmal so ein scheiß Fisch. Da finde ich auch noch einer, ja. Das ist doch... Hör mal auf, so zu rascheln, ja? Gucken wir jetzt mal hier in Safe-State. Ich will das schaffen, man. Das ist doch kacke. Ja, perfekt. Komm. Oh, Gott. Oh, jetzt. Jetzt wird's. Nein, war doch klar. Boah, hör mal auf, nicht zur Verarsch-Steuerung, ja? Ja. Boah, das ist jetzt echt... What the fuck. Echt jetzt, wir empfehlen? Das ist doch schade. Alter, Hilfe. Nein! Wohin soll. Alter. Na, endlich. Ich schade. Ich schade. Ich schade. keep dienen. Nein, ich schade. Ich schade. Alter! Jetzt, jetzt leck mich doch am Arsch. Hä? Oh shit. Oh shit. Alter. Jetzt ist doch kacke. Nee, das ist am Arsch. Nee, jetzt im Ernst. Ich blende euch das aus. Da. Ja. 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 Da. Das ist aber gut. Ja gut. Ich geh nochmal eben ganz schnell eine Münze sammeln. Bis gleich. Da ist er. Da ist er, der funkelndes, funkelndes, funkelndes da. Ja, immerhin. So, wir sehen uns gleich bei einem anderen Stern wieder. So schlimm. Jetzt nicht. Ich hatte da schon irgendwie so eine Vermutung. Oh Gott, jetzt guckt der Akt wieder. Ach, war seine Ohrensorn. Boah, das ist so anstrengend. Nein! ала. Ja, hau! Ja, hau! War! Ja, hau! Ja, hau! Na, hau! Ja, hau! Oh, Scheiße! Die Aufnahme läuft ja noch. Upsi. Ja, hier so. Das ist der Stern. So, jetzt haben wir Fliegenpilz. Und im nächsten Part gehen wir dann in den letzten Stock. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.